Gitte zeigt auf diesem Video, wie der Hund an der Leine geführt wird, der von klein auf gelernt hat, auf den Bürgersteig zu gehen. Zu warten, wenn seine Hundeführerin an der Bordsteinkante wartet und dann mit ihr rüber zu gehen, wenn sie das Signal zum Queren der Straße gibt. Und wieder warten sie gemeinsam an der Bordsteinkante. Wir suchen den Hund wieder und seine Hundeführerin. Sie halten an der nächsten Bordsteinkante. Salome wartet geduldig im Bleib, bis Gitte wieder zurückkommt. Bekehrt.